Es ist jetzt schon die vierte Folge, die ich hier hintereinander aufnehme. Ich glaube, ich werde nicht mehr... Das Spiel macht Spaß. Ich esse die Wand an. Äh, ja, leid mir weiter Pikachu, ne? Wollen das ja auch irgendwo auf irgendeinen Stand bringen. Ja, ich weiß, ich bin jetzt langlammer. Ich hoffe, der macht Tackle. Oder wird jetzt paralysiert... Oh, gut. Da wird jetzt auch Level 9 mit Pikachu. Wir werden natürlich auch mit Pikachu jetzt erstmal auf Level 10 leveln. Wenn wir das mit Monkey auf einem Level bringen. Danach kommt die Commander wieder dran und einfach abwechseln. Oh, ich muss gleich hier durch. Ich überlege ja gerade schon jetzt... Ähm... Irgendwie Schutz einzusetzen. Hm. Ach, Quatsch. Ich denke mal, ich komme hier auch so durch. Hoffe ich. Oh, ich darf gleich noch folgen sollt hier. Das wird ekelhaft. Ach, und hochladen. Aber es macht heute Abend hochladen. Ja. Jetzt muss ich einfach wieder ganz komplett zurück. Ich hätte auch gerne einen Mount, leck mich am Arsch. So. Hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. So. Also man kriegt auch nachher anscheinend Fahrräder. Gut zu wissen. Ich glaube auf der nächste Route wird auf jeden Fall als erstes Glumwanda weitergelevelt. Bis Level 15, ne bis Level 16 was da sich entwickelt soweit ich weiß. So. 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 Das Problem ist es wird auch nicht aufhören, das heißt aber es wird noch besser passieren… Ok mach ich... Ich habe so... Oh Gott. Kein Flash. Ähm. Wir machen das folgende Taktik. Rechts gehen. Hier sind wir lang gegangen. Hier ist ja ohne. Zack. Rechts. Rechts halten. Heute rechts halten. Hier ist nix. Immer rechts halten. Immer heute rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Rechts halten. Holy shit alter. Okay. Das ist äh. Weiter rechts. Weiter rechts. Rechts. Jetzt kann es sein. Ich gut im Kreis laufe jetzt. Ja. Ich laufe jetzt im Kreis. Okay. Also es muss halt dann. Ja. Hier ist im Kreis am laufen. Okay. Äh. Dann mache ich Bescheid. So. 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 Jetzt waren wir ja hier. Waren wir schon. Können wir hier lang. Und das Problem ist. Ich werde hier nie wieder rausfinden. Das ist scheiße. Scheiße. Oh. Ich werde hier nie wieder rausfinden. 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 Oh. Ich werde hier nie wieder rausfinden. 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 hier echt nie wieder rausfinden. Ich google mal ganz kurz was. Kleinen Moment, Leute. Pro. Okay, das müsste eigentlich klappen. Okay. Ich weiß nicht, ich war hier, hier lang, hier lang. Ich steck also irgendwo hier fest. Ähm, dauert einen Moment. Ups, das sollte ich nicht machen. 3 Minuten, Leute. Ich hab's gleich. Okay, also, kommt. Okay. Ja, ja. Ich muss erstmal wieder irgendwie zurück. Ich muss einen anderen Anhaltspunkt finden, das ist das Problem. Ah, okay. So, das ist schon mal Nummer 1. Dann ist das wahrscheinlich auch... Ich weiß zumindest jetzt, wo ich bin. So, es ist paralysiert. Das bedeutet, ich hab sowieso den lasten Move. Und Monja hat ihn. Das geht durch. Das wusste ich nicht. Ist okay. Ich weiß, bis nächstes Mal, aber... So, Musik müsste es ja sein. Jawohl. Die Tammer. Ja, ich hab's jetzt gerade nicht das Geld. Sonst würde ich's ja gerne erlernen. So, das heißt, ich bin hier. Halte ich mich erstmal kurz links. Das heißt, ich müsste jetzt hier den Weg hochgehen. Das heißt, jetzt müsste ich gleich hier lang gehen. Genau, hier. Das hieß, hier war die Pflanze. Das heißt, ich muss mir jetzt in der nächsten Möglichkeit hier abbiegen. Dort muss ich halt komplett hier laufen, ja. Dann muss ich komplett... Ach, jetzt nicht. Jetzt muss ich das... Okay, bis ich mit dem Koffer rumgegenlaufe. Genau, jetzt bin ich hier. Das ist dort. Rechts, bis ich irgendwo rumgegenlaufe. Hoch. Bis ich wieder irgendwo rumgegenlaufe. Äh, voilà, da lang. Bis ich die nächsten Möglichkeiten nach rechts runter habe. So, so lange, bis ich irgendwo rumgegenlaufe. Und dann da lang. Genau, bis ich zu dem ganz großen Raum komme. Und das war da. Das war ungefähr die Hälfte des Weges. Quasi also wieder, bis ich runterlaufen kann. Okay, runterlaufen kann ich. Bis ich das Ganze runterlaufe. Müsste hier in der Sackgasse sein. Genau, dann gehe ich hier lang. Quasi, bis ich wieder rechts runter kann. Jawohl. Jetzt wieder, bis ich rechts kann. Jawohl. Jetzt, so lange, bis ich irgendwo rumgegenlaufe. Hast du es? Warte mal, wenn ich nicht weiß, woher ich vielleicht bekomme in dem Spiel. Das müsste richtig sein. Wenn ich jetzt irgendwo rumgelaufe. Jetzt nach oben. Bis ich wieder irgendwo rumgegenlaufe. Jetzt kurz gucken, bis ich wieder irgendwo rumgegenlaufe. Bis ich an den Garten komme. Wait, what? Wait, what? Wait, what? Wait, what? Moment, Moment, Moment. Ich bin... Oh. Okay, jetzt quasi. Ja, bis ich die Pflanze sehe hier. Die sehe ich hier. Und der bin ich angeeckt. Und das heißt, so lange, bis ich irgendwo rumgegenlaufe. Okay, ich bin irgendwo rumgegenlaufe. Hoch. So lange. So lange, bis ich irgendwo rumgegenlaufe. Jawohl. So lange, bis ich irgendwo rumgegenlaufe. Jetzt müsste es gleich auch ein bisschen was anderes aussehen hier. Wir erkennen es wahrscheinlich gar nicht mal. Genau, jetzt geht es hier lang. Jetzt müsste ich gleich direkt den links hoch oder rechts rumgegenlaufe. Hier ein bisschen rechts runter, bis ich wieder irgendwo anenke. Genau. Und dann müsste ich mir ganz ja geradeaus, bis ich so nach... ...möglichkeit komme, rechts zu gehen. Das ist ganz schön rechtsradikal, das Ganze hier. So, jetzt müsste ich runtergehen. Jetzt müsste hier unten eine Sattgasse kommen. Genau. Jetzt geht es hier lang. Das heißt, ich müsste halt wieder bis... Genau. Möglichkeit nach... ...da unten kommt. Gehen. Ist doch die einzigste, ne? Jawohl. Warte, aber... Ja. Ist die einzigste. So. Wenn ich jetzt ganz nach unten gehen, müsste ich hier wieder in die Sattgasse kommen. Genau. Jetzt geht es hier lang. Gleich haben wir es. So. Hier müssen wir nicht lang. Jetzt gleich mal wieder irgendwo gegen. So. Jetzt müssen wir hier lang. Hier lang. Einmal ganz runter. Von geradeaus runter. Okay. So. Dann haben wir ein Pokémon bekommen. Ich meine. Ein gratis Pokémon, ne? Und vor allen Dingen Level 7 und ein krass Pokémon. Oh, ich bin noch ein bisschen genau. Ich weiß. Das ist es. Okay. Hi. Dann macht. Okay, jetzt muss ich den ganzen Weg zurückfinden, wa? Ach du Scheiße. Ich bin da am Arsch. Okay, also wir kommen jetzt in der Folge hier noch raus und dann ist auch die Folge erstmal wieder beendet. Ich glaube dann habt ihr erstmal genug Dunkelheit hinter euch. Ja, das scheint richtig zu sein. Keine Ahnung. Ich hoffe das einfach irgendwie richtig ist. War schon mal weh, dass ich verloren bin. Ich habe keine Ahnung wo ich bin. Ich möchte auch nur hier raus. Wieso habe ich mir keinen verfickten Scheiß mitgenommen? Oh Gott, ich hätte einen Escape Rope da kaufen sollen. Was möchte ich hier raus? Ich bin auf einen langen Gang nach unten gegangen gekommen. Das ist okay. Keine Ahnung. Ganz langer Gang nach unten wo ich blüte und dann drehe. Ich müsste quasi irgendwo im Nirgendwo sein. Ich war wieder mit dem Typen. Ich glaube der will hier raus. Ich will hier auch raus. Ja. Holy shit. Aber es scheint, dass wir irgendwie auf dem richtigen Weg sind. Oder? Ich habe mich verlaufen. Sowas von verlaufen. Und ich habe schon Lucid Nightmare gefärmt. Hey, hier ist der Tutor. Das hilft um einiges. Von dem Tutor aus. Okay, jetzt hier lang und runter. Dann haben wir es. Boom. Von draußen sind wir. Ich habe ein bisschen Poké-Belle gekriegt. Okay. Jungs, das war schwul. Holy shit. Oh, ist das gay. Oh nein, ich habe nichts gegen Schwule, aber es war einfach scheiße da drin. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen zu. Oh nein, ich bin ein bisschen zu. Oh nein, ich bin ein bisschen. Boah. Ich wollte noch nichts gegessen. Langsam kommt so der Hunger zum Vorschein. Ich liebe Pokémon, ja, aber das war jetzt egal. Holy Kacke. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss das Ding fangen. Und dann muss ich nochmal zurücklaufen. Aber, erst ehrlich, das zeige ich den jetzt morgen irgendwann. Ich meine, ich stecke ja sowieso noch ein bisschen hier in der Gegend herum. Dankeschön. Achso, außerdem. Ne, ich möchte jetzt, es gibt auch alles cool. Schutz. Sei Dank. Willst du auf einmal wieder... Ich hab dich doch besiegt. Was willst du von mir? Ja. Besiegen wir ihn einfach. Das ist mega, der Pädo fällt mir gerade auf. Hey, kid. Willst du ein Pokémon nicht von Kanto sehen? Okay. Ich wollte eigentlich gerade nur gucken... Ob das eventuell nämlich die Alula-Region ist, aber ist es nicht. Nein, gibt's die noch nicht. Wir sind natürlich gerade in Kanto, ja. Ne, Joto sind wir. Wir laufen auch gerade in Kanto rum und filmen gerade auf. Kanto kommen wir erst später hin. Das ist Kanto. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Arenen. Ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Arenen. Ne, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Arenen sind es. Viele Anbrauchwunden eigentlich schon. Hier so. Sonder, ja. Sexy. Acht Orden. Stehen wir ja dann. Hup-ba-da-da-da. Ja, ich liebe es. Wollte ich nicht eigentlich die Folge aufhören? Ich wollte die Folge aufhören. Okay Leute, wir sind bei 21 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich nehme jetzt direkt nichts auf. Tschüss